Das für die ganzen Leute, die sagen, ich bin zufrieden, so wie es ist, wird nicht funktionieren, weil am Ende geht es immer in eine Richtung und wenn du es dir da gemütlich machst, wo du gerade bist, oh oh. Aber das Ding ist, warum Expansion nicht funktioniert, ist wirklich immer dasselbe. Herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Podcast-Folge Involution Podcast, jetzt im vollendeten Setup und wir sind, ich denke, wir haben es ganz geil gemacht. Es ist ein cooles Setup geworden und hier werden jetzt die nächsten 100 Folgen stattfinden und vielleicht bei der 200. Folge verändern wir das nochmal, mal gucken. Heute wollen wir mal ein bisschen über das Thema Unternehmensexpansion sprechen. Ja, fangen wir an. Ja du, das Ding ist einfach, wir haben ja für uns jetzt auch ein neues Level erreicht, das muss man ja mal ganz klar sagen und wenn man so eine Veränderung durchführt, dann stellen sich wieder ganz neue Herausforderungen. Also ganz, ganz neue Herausforderungen, du musst auf ganz, ganz neue Dinge aufpassen und achten und das ist auch, glaube ich, etwas vielleicht, nicht nur vielleicht, sondern das ist etwas, wo viele in so einer Unsicherheit sind. So, was kommt da auf mich zu und es deshalb auch so ein bisschen Angst vor Expansion haben, so ein bisschen Scheu davor haben, weil sie einfach gar nicht wissen, was kommt da so auf sie zu. Ja, 100 Prozent, ja definitiv. Also ich glaube, Angst vor dem Ungewissen spielt eine große Rolle, ja. Das ist ja wiederum verbunden damit, dass in bestimmten Bereichen vielleicht auch die Abläufe fehlen, das Wissen fehlt. Wie gehe ich das überhaupt an? Wie funktioniert das? Und wie mache ich es so, dass es funktioniert, ne? Du hast ja da so eine ganz schöne Komfortzonen-Modell, ne? Das passt ja da. Das ist sogar auch ein relativ bekanntes, also Leute, die sich damit schon mal ein bisschen auseinandergesetzt haben, haben das vielleicht auch schon mal gesehen oder kennen das. Jeder Mensch hat so vier Zonen, in denen er sich befindet, um es mal vereinfacht zu sagen, ja. Du hast eine Komfortzone, da sind natürlich alle Dinge, die für dich gewohnt sind, die entspannt sind, die einfach für dich zu machen sind, weil es halt Komfortzone, ne? Wie der Name es schon sagt. Dann hast du die Angstzone, das ist eine ganz entscheidende Zone. Dann hast du die Lernzone und die Wachstumszone. In der Angstzone sind dann halt immer die Punkte, wo du, so die Angst vorm Ungewissen. Lohnt sich das? Soll ich das machen? Ja, nein. Dann kommen vielleicht auch Vorwände, die man sich selber entwickeln, die dagegen sprechen, ne? Und man versucht das dann klein zu reden und so weiter. Ängste kicken rein, also kommen ins Spiel. Aber immer im Leben ist es ja so, dass wenn ich in der Lage, also in der Angstzone bin ich eigentlich immer dann, wenn ich vor irgendwelche Entscheidungen gestellt werde. Oder ich mich selber in die Situation bringe, wo halt eine Entscheidung fällig ist. Und dann bin ich in so einer Angstzone. Aber wenn man jetzt mal zurückschaut auf das gesamte Leben und jeder kann damit relaten und kann sich damit identifizieren, der auch jetzt den Podcast schaut. Immer dann, wo eine Sache zum Erfolg geführt hat, hat man seine Komfortzone verlassen. Man hat diese Angstzone überwältigt, überschritten. Und dann hat man neue Dinge dazugelernt, Erkenntnisse gesammelt, hat die Sache danach ganz anders gesehen, als sie vorher war. Und dann wächst man. Also man geht einmal durch dieses Modell quasi durch. Komfortzone, Angstzone, Lernzone, Wachstumszone. Ist ja im Fitnessstudio das Gleiche, mit Ernährung das Gleiche. Vorher hat man keine Ahnung, man weiß nicht, wie es funktioniert. Man hat Angst, kann ich das durchziehen, ziehe ich das durch? Wenn man dann aber anfängt und auch Ahnung darüber, Kompetenz darüber aufbaut, wie funktioniert Ernährung wirklich, was braucht der Körper, was braucht er nicht, wie funktioniert das mit Kalorien überhaupt, brauche ich eine Diät, brauche ich keine, etc. pp. Und dann auf einmal lernt man seinen Körper besser zu verstehen. Was kann ich essen, was kann ich nicht essen? Und der Körper verändert sich. Was denkst du denn, wo die meisten stehen bleiben in dem Modell? Ja, in der Angstzone. In der Angstzone oder in der Komfortzone? Nee, nee, die gehen für den Moment raus in die Angstzone, treffen die Entscheidungen nicht, oftmals, ja, und gehen zurück in die Komfortzone. Bleiben da stecken. Bleiben da stecken. Also Pingpong hin und her. Absolut Pingpong, klar. Okay. Und das ist auch beim Thema, sorry, dass ich da nochmal unterbreche, das ist halt auch beim Thema Expansion ein wichtiger Punkt. Weil Mitarbeiter einstellen, Prozesse schaffen, hat ja ganz, ganz viel mit sowas zu tun. Okay, jetzt wollen wir, jetzt sagen wir mal an einem Punkt, wo jemand das jetzt schon dann irgendwie überwunden hat, ne, und der ist jetzt so ein bisschen in Expansion, ne, und gewisse Dinge entwickeln sich einfach. Und wir können es ja immer mal aus unserer Perspektive jetzt betrachten, ne, so, um den Leuten da so ein bisschen auch einfach ein bisschen gute Infos zu geben, ne, so, was kommt denn da auf einen zu, ne? Da habe ich eine gute Info. Ja. Gerade zum Thema Expansion eine Nachricht auf mein Handy bekommen, dass wir gerade einen Umsatz gemacht haben. Ja. Das ist ja auch zum Beispiel Teil von Expansion, ja. Auf jeden Fall. Und das ist schon der zweite heute, ne? Und schon der zweite heute, dass du über das Handy weißt, ne, wann ist ein neuer Kunde, was passiert in deinem Unternehmen, wer ist gerade in welchem Gespräch und so weiter. Ja. Aber das nochmal so am Rande. Ja, live ist ja cool, ne, wenn das live so ist, ne, so, ähm, zweiter Umsatz des Tages, ne, auf jeden Fall cool. Und der dritte folgt da gleich, ne, so nach dem Motto. Ähm, das Ding ist, ähm, dieses unvorbereitet sein und dieses auch sozusagen nicht zu verstehen, was ist da gerade, was ich da tue, ne? So, ich habe ja immer so gerne Beispiele aus dem Sport, ne, wo du, wo du sagst, so, du, du, sind wir jetzt mal gerade, die Bundesliga-Saison endet jetzt gerade. Ne? Und jetzt wird ja darum gespielt, ne? Oder hat sich schon entschieden, so, wer steigt auf und wer steigt ab? Mhm. So, das heißt also, für den Aufsteiger beginnt ja ein größeres Spiel. Ein anderes Game. Ja. Ne, zweite Bundesliga in die erste Bundesliga. Das ist echt ein gutes Beispiel. Genau, von der dritten, von der dritten Liga in die zweite Liga. Es ist ein anderes Game. Ja, absolut. Ne, es wird spannender, die Zuschauer sind interessierter, es kommen größere Mannschaften. Der Vereinswert wächst natürlich auch, andere Sponsoren-Deals und so weiter. Genau, das heißt also, da passiert was, ne? Und, äh, umgekehrt natürlich genauso, ne? Das heißt also, die, die jetzt absteigen, haben auch wieder ein anderes Game, ne? Ne, das heißt also, die sind jetzt die Gejagten, sagen wir mal so, ne? Ne, das heißt also, die kommen jetzt irgendwo rein, ähm, in eine niedrigere Liga und die anderen wollen die natürlich weghauen, ne? So nach dem Motto, ja, kommen die von da oben, ja, und so weiter jetzt. So, das heißt, also du hast halt immer, egal was du halt tust, ähm, und das ist, was vielen nicht so real zu sein scheint, ist, dass halt diese, ich nenne sie mal Stops, ja, Stops, Probleme, ähm, aber auch ein Thema, was ich heute wieder in einem Live-Call gehört habe, aber auch, wenn du jetzt zum Beispiel dich als Makler, ähm, rausbewegst, sichtbarer wirst, so ein bisschen mehr Action machst, was kommt automatisch? Das heißt, du wirst Leute automatisch anziehen, die auf einmal so, wo du deren Aufmerksamkeit wächst und die sagen, was macht denn die da? Oder was macht der denn da? Da muss ich aber doch mal gucken, wie ich den stoppen kann, ne? Wie ich den ärgern kann, ne? So, was weiß ich, irgendwelche Werbeaktionen torpedieren oder wir hatten, äh, eine Kundin, die, ähm, hat ein Seminar gemacht, eine Veranstaltung und da hat doch tatsächlich ein Makler dieser Person, das Gewerbeamt auf den Hals gehetzt. So nach dem Motto, sie würde ja unlautere, äh, unlauteren Wettbewerb machen mit dieser Veranstaltung. Das muss man sich mal reinziehen, ja, was für gestörte, ich meine das wirklich ernst, was für wirklich gestörte Menschen, wenn du da gerade zuhörst und du dieser einejenige gewesen wärst, ja, wie gestört, was ist bei dir in deinem Kopf nicht in Ordnung? Das muss man sich mal vorstellen, ja? Ja gut, aber das ist halt teilweise Deutschland einfach, ja? Ja, ich weiß nicht, ob es nur Deutschland ist, keine Ahnung, will ich jetzt gar nicht drüber nachdenken, aber das Ding ist, das ist schon mordsmäßig gestört, dass man Angst vor Wettbewerb, Angst vor Gamification, sage ich jetzt mal. Ja, eigentlich ist es ja der geilste, geilste Beweis, dass man auf dem richtigen Weg ist, wenn sowas passiert. Absolut. Weil ich will nochmal ganz kurz zurück, ich will das nicht, äh, nicht jetzt einfach übergehen. Ich finde dieses Beispiel mit der Bundesliga oder mit der Tabelle im, im Fußball maximal passend. Warum? Weil du hast es ja da auch wieder. Entweder, es gibt nur, es gibt nur drei Möglichkeiten. Ne, es gibt eigentlich nur zwei, weil die dritte funktioniert nicht. Entweder du steigst auf, das heißt, du gehst dauerhaft in Richtung Wachstum, weil das der einzige Weg ist, der funktioniert. Oder du steigst ab. Aber du kannst ja nicht gezielt versuchen, stehen zu bleiben im Mittelfeld. Das wird nicht funktionieren. Du wirst immer. Ein Platz hoch in der Tabelle, ein Platz runter. Dieser Stillstand funktioniert ja nicht. Das für die ganzen Leute, die sagen, ja, ich bin zufrieden, so wie es ist. Absolut. Wird nicht funktionieren. Absolut. Ne? Und deswegen, ich finde das Beispiel wirklich gut, weil am Ende geht es immer in eine Richtung. Und wenn du es dir da gemütlich machst, wo du gerade bist, oh oh, nicht gut. Also sportlich gesehen, sportlich gesehen ist ja Durchschnitt, also es gibt ja auch genügend Sportler, die jetzt, aber da merkst du auch so ein bisschen die Zielsetzung, die die Person hat. Wenn jetzt also ein Sportler sagt, du, ich bin eigentlich so, ich mache es mal so ganz salopp, ich bin eigentlich nicht gut genug, um oben mitzulaufen oder zu spielen. Ich bin aber auch gut genug, um nicht sozusagen ganz unten zu sein, so Tennis-Rangliste oder sowas. Aber ich bin gut genug, um irgendwie so Mitläufer zu sein. Ja. Ja. Weil ich vielleicht nicht so die Disziplin drin habe, weil ich mich doch nicht so gut ernähren will wie andere. Das ist eigentlich so ein entscheidender Punkt. Genau. Das viele Leute haben. Viele Leute sagen nur, dass sie zufrieden sind aus Selbstschutz. Ja. Ja. Aber eigentlich kommt es genau daher. Sie haben keine Disziplin. Genau. Sie wissen, dass sie keine Disziplin haben. Das ist auch eine Art von Schutzfunktion. Genau. Sie haben auch nicht die nötige Kraft, hinzugehen und sich diese Disziplin anzueignen oder aufzubauen. Genau. Ja. Das ist auch. Aber der Tennisspieler oder der Sportler, der das macht, wird halt natürlich, das muss man wieder sagen, am Ende des Tages ist es halt einfach so ein Ding, ich will halt irgendwie wieder so überleben. Ja. Und irgendwie, weil das Sportgame ist halt geil oder ist cool. Ich werde ein bisschen bewundert. Ah, du bist Tennisspieler. Ah, wie toll. Und so weiter. Hast vielleicht noch einen guten Sponsorenvertrag. Ist ja, ist ja fein. Ist ja okay. Ja. Da muss man sich aber mal die Frage stellen, was ist denn eigentlich der Grund, warum du nur Mitläufer sein willst? Ja. Ja. Was ist das Ding? Und da musst du wieder die Frage stellen, was willst du eigentlich wirklich? Okay. So what? Völlig wurscht. Das Ding ist aber, wenn man jetzt expandieren möchte und das Thema Expansion, will ich an einem einfachen Beispiel wieder hier das Sports festmachen. Nehmen wir mich jetzt mal an, dieser Tennisspieler, der geht jetzt auf dieses einfach nur irgendwie zurechtkommen. Was macht er denn, wenn er verletzt ist? Hat er ein Problem. Dann hat er ein Problem. Ja. Weil dann ist er nämlich weg vom Fenster. Ja. Das heißt also, er geht eigentlich so auf das Ding. Er wird nicht genug verdienen, um wirklich sich was aufzubauen, sondern er will eigentlich nur mitspielen. Und es darf aber dann auch nichts passieren. Weil er wird nie wirklich sich die guten Trainer leisten können. Ne? Und so weiter. Ja. Und das ist ja beim Unternehmer nichts anderes. So. Da haben wir aber auch schon diverse Male drüber gesprochen, über dieses Ding. So. Also man muss sich wirklich die Frage stellen, ob das das richtige Target ist. Ja? So. Und sich wirklich, also Expansion ist das einzig richtige Target. Weil eine Firma braucht ja auch ein bisschen Dynamik, ein bisschen Spannung. Ja? Wo was passiert. Ne? Dass alles so ein bisschen schön in Bewegung ist. Ne? Genau. Aber hier will ich noch eine wichtige Sache dazu sagen. Weil die Leute denken ja immer, dass es dann auch darum geht, einfach nur aus Expansionszwecken Mitarbeiter aufzubauen. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Weil man stellt ja nicht einfach ohne Grund Mitarbeiter ein. Sondern das basiert ja auf dem Bedarf. Das heißt, der erste Weg ist mal den Bedarf zu erhöhen. Sein eigenes Unternehmen in so eine Richtung zu lenken, dass man selber gar nicht mehr zurechtkommt. Weil es so viel wird. Absolut. Weil es so geil wird. Okay? So. Und dann halt sukzessive auf Bedarf zu wachsen und nicht einfach nur um zu wachsen. Und ich finde, noch eine viel wichtigere Frage ist, mal einfach so dieses Ding sich mal zu stellen. Hey, das Modell ist ja total cool, was du gerade gesagt hast. Aber warum stecke ich denn immer in der Angstzone fest? Ja? So. Und das Ding, was ich immer feststelle ist, weißt du, wenn man einfach mal nicht bereit ist und das Leben besteht aus Wachsen. Sommer, Frühjahr, Winter, Herbst und so weiter. Aber auch kleine Kinder, die wachsen. Und warum muss man einfach immer mit dem, ist doch alles toll? Ist doch alles gut, so wie es ist. Da passiert ja nicht viel bei einem. Und warum sich nicht damit mal auseinandersetzen und sich mal mit Leuten in Verbindung setzen, auch mit Leuten in Kommunikation treten, die so vielleicht ein bisschen, und wenn es nur ein bisschen ist, die ein bisschen über einem drüber stehen. Oder vielleicht einfach mal ein paar Schritte weiter sind. Und du wirst halt schon merken, da verändert sich ja bei einem selber was, wenn du auf einmal mit anderen Menschen in Kommunikation gehst. So. Das finde ich schon mal ist ein wichtiges Thema. Hundertprozentig. Und das könnte auch zum Beispiel, könnten auch zum Beispiel wir sein. Und dass man manchmal sagt, hey komm, lass doch mal reden. Zum Beispiel. Aber nochmal zum Thema Expansion. Und vor allen Dingen zum Thema, was ist denn das Wichtigste bei Expansion? Was ist das Wichtigste? Denn das Spiel verändert sich. Die Probleme werden nicht kleiner. Die Probleme werden größer. Aber man ist ja auch fähiger. Ja. Das heißt, und je fähiger man ist, umso anders sind auch die Problems, die kommen. Das Ding ist ja genau das. Nachher, jetzt reden wir mal in einer größeren Stufe. Nachher ist ja zum Beispiel das Thema Mitarbeiterrecruiting ist für dich genauso wie eine Immobilie zu verkaufen oder aufzubereiten. Weil das machst du die ganze Zeit. Irgendwann kannst du das genauso gut. Und weil du da einfach Fähigkeiten aufbaust, Wissen aufbaust und so weiter. Genau. So. Aber das Ding ist, was viele halt einfach nicht sehen, ist um eine Firma, auch sich selber übrigens. Auch sich selber. Ist ja auch eine Form von Expansion. Wenn du selber expandieren willst. Im Sinne von Wachstum. Ist ja auch Expansion. Du willst als Persönlichkeit wachsen. Du willst sozusagen mehr Wissen dir aneignen. Du willst Dinge besser verstehen. Ja. Du möchtest einfach cooles Zeug machen. Auch eine Familie wächst ja. Ob in der Anzahl sie wächst. Also mehr Kinder. Absolut. Oder sie wächst, indem man vielleicht ein größeres Haus haben will und so weiter. Aber das Ding ist, warum Expansion nicht funktioniert, ist wirklich immer dasselbe. Und wenn man das mal versteht, wenn man das versteht, dann kann man sich sozusagen an die Arbeit machen. Ja. Sowas denkst du? Sowas sind so die Dinger, was Expansion verhindert. Ja. Das hat ausschließlich mit einem selber zu tun. Also ausschließlich. Aber das ist ja eh klar. Das hat erstmal ausschließlich mit einem selber zu tun, dass man erstmal überhaupt keine Entscheidung dafür treffen kann, was will man überhaupt im Leben. Ja. Okay, klar. Aber lass mal voraussetzen, das wäre alles da. Weil, dass man sagt, komm, ich habe schon entschieden, ich will ein bisschen was Cooles aus meinem Leben machen. Ich will ein cooler Makler sein. Dann die Fähigkeiten. Ich will ein cooler Makler sein und so weiter. So. Und der hat auch Fähigkeiten. Aber was sind denn jetzt, wenn du auf dem Weg bist, was sind denn da die Dinger, die das verhindern? Das meine ich. Was verhindert das? Ist das eine Idee? Okay. Natürlich die Sachen, die im Alltag passieren. Genau. Also die Hürden, die sich einstellen. Genau. Also Hindernisse, ja. Ja, klar. So, das heißt, das ist etwas, und jetzt muss man mal wirklich hingucken. Weißt du, das ist der, das immer wieder gleiche, blöde Argument von Verkäufern, dass sie nicht verkaufen wollen oder den Makler nicht beauftragen. Also sagen wir mal Hindernisse im Einkauf, Hindernisse im Verkauf, Hindernisse in der Akquise, Hindernisse bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiter. So, und jetzt hast du die. Jetzt hast du Mitarbeiter. Dann geht's ja weiter. Ja. So, jetzt kommt nämlich ein weiteres Ding, ist, du arbeitest mit Menschen, was ist eine ganz normale Sache, dass die Anweisungen nicht befolgt werden. Ja. Oder du selber dir was vornimmst und du befolgst das, was du dir selbst vorgenommen hast, nicht. Ist ja eine Frage von Disziplin. Klar. Oder einfach Widerstand. Ja. Eigene Widerstände, die man hat, ja. Am Standort. Auch heute wieder gehört, ja. Dieses, äh, macht eine, macht eine, eine Kundin macht Aktionen, Flyer. Und anonym beschwert sich jemand. Da kann man jetzt auch wieder die Uhr nachstellen, wer das ist, ne. Wird wahrscheinlich auch wieder irgendein anderer Makler sein, der der Person irgendwie einen Stein in den Weg werfen will, weil er den Flyer im Briefkasten hatte und da auf seinem Briefkasten keine Werbung draufsteht. Und weil er fühlt sich jetzt angepasst. Genau. Und weil er in seinem Leben entschieden hat, ich finde alles so gut, wie es ist und er gerade in der Fußballtabelle am Absteigen ist. Und keine Flyer verteilt. Genau. Richtig. Genau. Lass uns da, lass uns da, lass uns da für jetzt einen Cut ziehen. Ja. Also Widerstand. Weil ich muss in den Termin. Ja. Widerstand, Nichtbefolgung, Hindernisse und noch eine Sache, die müssen wir noch rausarbeiten. Das sind Ablenkungen. Die einen sagen Shiny Objects. Aber das ist es ja nicht. Diese Ablenkung ist, bin ich in der Lage, einen mir morgens gesetzten Plan umzusetzen? Oder bin ich in der Lage, ein Team aufzubauen, die auch alleine Arbeit erledigen können? Oder muss eigentlich am Ende doch immer ich die Arbeit erledigen? Ja. So, weißt du, wie ich meine? Also das heißt, läuft das Ganze. Und Ablenkung überhaupt, hast du Menschen in deinem Umfeld? Und da können wir beim nächsten Podcast mal drüber reden. Woran erkenne ich eigentlich, und das wäre jetzt der Spoiler direkt fürs nächste Mal, woran erkenne ich eigentlich die richtig coolen Leute, die ich um mich rumbaue? Und zwar nicht diesen, sorry, ich muss es mal so sagen, doofen Spruch. Ja, die fünf Leute um dich herum sind die fünf Leute. Der Durchschnitt von denen bist dann du, ist vom Grunde genommen richtig. Aber die Frage, woran erkenne ich die denn? Genau. Und zwar unabhängig davon, ob die jetzt viel Geld verdienen oder was auch immer. Sondern was sind wirklich die Kriterien? Und die arbeiten wir dann beim nächsten Podcast raus. Haben wir schon unsere Idee und Folge parat. Also Spoiler, deshalb abonniert unseren Channel hier. Und wie gesagt, ich fasse nochmal einmal zusammen. Ablenkung, Hindernisse, Nichtbefolgung und Widerstände. Die Dinge musst du beseitigen. Und da musst du ein großes Augenmerk darauf richten, dass du die Sachen gemanagt kriegst, weil die verhindern Expansion. Die verhindern dein Fortkommen im Leben und im Business. Geile Schlussworte. Ade Viderci, bye bye.